Also auch noch, was mir jetzt gerade so einfällt, ist, wie sollen denn Kinder ihren Eltern zu Weihnachten was schenken oder den alleinerziehenden Müttern oder den, wie gesagt, wenn die kein Geld zur Verfügung haben? Wie soll denn das gehen? Also muss man praktisch als Mutter in dem Fall den Kindern auch Geld in die Hand drücken und sagen, schau, und dafür kaufst du jetzt für jeden von deinen Geschwistern und auch für mich, für die Mama zum Beispiel, ein schönes kleines Geschenk. Das muss nichts Großes sein, aber das werden sie staunen, was ihre Kinder sich alles merken, was sie toll finden. Das werden sie wirklich überrascht sein. Also sie haben noch drei Kerzen, haben sie noch Zeit, um ihren Kindern ein bisschen Geld in die Hand zu drücken. Denn wie sollen denn die Kinder an Weihnachten ihre Eltern da so oder ihre Mutter oder wie auch immer glücklich machen, wenn sie kein Geld in der Hand haben? Verstehen Sie? Also manchmal muss man auch mal ein Geld ein wenig in die Hand nehmen.